Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Poker Lernen mit Q. Das heutige Video ist inspiriert von einem Zuschauer, der seine Frage in die Kommentare gepostet hat. Und zwar geht es darum, ich sitze zu Hause, habe Poker Chips, aber wie fange ich denn eigentlich an? Wie viele Chips verteile ich an jeden, wenn ich mit einer gewissen Anzahl an Freunden spiele? In welchen Abständen erhöhe ich die Blinds? Was gibt es noch für Tricks und Kniffe, die ich beachten muss? Und genau das werden wir uns heute anschauen. Viel Spaß! Wie sich vielleicht manche schon denken konnten, die sich ein bisschen damit schon beschäftigt haben, hat das natürlich sehr stark damit zu tun, wie viel Zeit man hat, was für Chips man in seinem Pokerkoffer hat und wie viele Leute man natürlich ist bei dem Pokerabend. Wichtig hier ist am Anfang natürlich zu schauen, wie man die Blinds erstens definiert und in welchen Abständen man sie dann erhöht. Bei den Blinds kann ich direkt sagen, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder man nimmt den Zeitfaktor und stellt einen kleinen Wecker oder Timer und praktisch die Abstände, in denen man die Blinds erhöht, praktisch definiert. Oder man sagt einfach, okay, wir spielen immer vier Hände, fünf Hände, zehn Hände und nach diesen zehn Händen erhöhen wir die Blinds. Da ist es natürlich dann schwierig, die Zeit einzuschätzen, weil eine Hand zwischen 30 Sekunden oder auch zehn Minuten dauern kann, wenn die Leute mal ein bisschen länger nachdenken müssen. Ein weiterer guter Richtwert für die Anzahl an Chips, die man am Anfang nimmt, ist, dass man davon ausgeht, wenn man den Start Blind definiert, nehmen wir zum Beispiel mal der Big Blinds sind zehn und der Small Blinds sind fünf, dass man am Anfang von 100 Big Blinds ausgeht, was jeder als Start Stack bekommt. Also bei Big Blinds zehn wären das praktisch tausend Chips. Wie man die tausend Chips zusammenzählt, ist nicht ganz so wichtig. Worauf ihr aber achten solltet, dass ihr mehr kleinere natürlich nehmt und dann weniger größere und so praktisch eine Abstufung habt, weil ihr natürlich öfters kleinere Chips braucht, um dann die Blinds zu bezahlen und so nicht die ganze Zeit hin und her tauschen müsst, was natürlich euch viel Zeit wegnimmt. Bevor ich euch jetzt gleich meine eigenüberlegte, super vereinfachte Struktur zeige und darstelle, was natürlich aber sehr subjektiv ist, kann ich euch nur empfehlen, geht online und googelt einfach Turnierstruktur. Da werdet ihr zig Sachen sehen von verschiedenen Poker-Seiten, die verschiedene Turnierstrukturen anzeigen und könnt auf euch speziell zugeschnitten, je nachdem, was ihr für einen Poker-Koffer habt, beziehungsweise was für Werte ihr in einem Poker-Koffer habt, eine spezielle Struktur nehmen, die am besten dann sogar, wenn ihr live einen Pokerabend macht, ausdrucken und den Leuten einzeln neben dran legen, dass jeder immer sieht, wann gehen die Blinds das nächste Mal nach oben und wie viel. Und so kann man, denke ich mal, das Chaos, gerade auch am Anfang, wenn manche noch nicht so lange Poker spielen, ein bisschen rausnehmen und die ganze Sache ein bisschen entspannter gestalten. Als meine persönliche Struktur habe ich mir überlegt, dass wir davon ausgehen, dass ihr einen Pokerabend mit sechs Leuten macht und hier gebt ihr einfach am Anfang jedem dieser sechs Leute 1000 Chips, wie ihr die aufteilt, ist wie gesagt euch überlassen. Es ist dann aber so, dass ihr praktisch mit dem Big Blind von zehn Chips und mit dem Small Blind von fünf Chips beginnt und, und das ist eben, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass ihr einfach alle 45 Minuten die Blinds verdoppelt. Und da habe ich mir überlegt, das müsste dann ungefähr zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Stunden dauern, bis ihr dann fertig seid. Ich denke, das ist auch ein guter Richtwert, wenn man mal einen Abend spielen möchte. Wenn ihr super lange Zeit habt, könnt ihr natürlich das einfach dann zweimal spielen oder das auch erweitern. Warum alle 45 Minuten? Ich bin der Meinung, dass gerade am Anfang, wenn man vielleicht noch nicht so lange pokert oder ein paar Leute dabei sind, die sich noch nicht so auskennen, es besser ist, die Blinds selten zu erhöhen. Dadurch wird auch die Verwirrung rausgenommen und man muss nicht immer darauf gucken, oh, jetzt müssen die Blinds wieder erhöht werden, der Wecker hat geklingelt oder der Timer hat geklingelt, sondern man kann sich einfach viel mehr aufs Spiel konzentrieren. Und im Endeffekt, genau, einfach die Blinds verdoppeln und dann kommt ihr damit super hin und ich denke, damit könnt ihr super arbeiten. Und falls ihr andere Chip-Werte habt, könnt ihr natürlich das Ganze auch einfach hochrechnen und dann eben mal 10 oder mal 100 nehmen. Und falls ihr mehr Zeit habt oder weniger Zeit habt, könnt ihr das Ganze auch einfach verkürzen und anpassen, wie ihr eben Lust habt. Viel Spaß! So, das war es auch schon wieder mit einem nächsten Video von Poker Lernen mit Q. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr empfehlt dieses Video weiter, indem ihr natürlich einen Daumen nach oben gebt. Auch gerne natürlich wieder euer Feedback in die Kommentare. Ihr seht, auch dieses Video war von einer Zuschauerfrage inspiriert. Deswegen gerne neue Ideen und konstruktive Kritik unten reinhauen. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim nächsten Live-Poker-Abend und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.